Musik Musik Na, Backe! Mach! Du hast die frische Luft das gut! Aufstehen und ab. Melde! Halbrichtes Wetter. Nein, es wäre Urlaub mit dem militärischen Drill. Wir haben Urlaub und ich werde doch wohl ausschlafen und nicht zu wieder mit in der Nacht ausstehen. Keine Disziplin, so was verunterfühlt. Auf, auf und in fünf Minuten antreten, voller Atbestörung. So, und jetzt muss ich mit meiner Kompanie kümmern. 15 Leute, hinten hoch! Oberst, das Meister Seidenmayr, antreten zur körperlichen Erdichtung. Eben so alle militärangehörigen bei mich halt. Jawohl, Oberst, guten Morgen. Jawohl, Oberst, guten Morgen. Guten Morgen, ich wünsche dir angenehm genug zu haben. Wo ist der Rest der Mannschaft? Meile, Meiliger, Kindle, Herr Oberst. Die Meiliger auch. Herr Oberst! Ja, nein, Oberst, das macht morgens verbind' ich. Du solltest Herr Osten besogen. So viel Zeit muss auch nur noch sein. Du hübsch, ja wohl, hübsch. Frau Brüschler, ich schlaufe. Die Meldige Hose am Spielfeldmitten sei eine Katastrophe für meinen Kreiz. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen! Mein Sabine, herraus! Frau Brüschler! 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 Herr Osten, du warst schon wieder! Wannst du den? Wannst du nicht? Oder du? Das macht mich doch narrlich! Das ist schon los von Enkelheit offen! Genau Otto! Übung 2! Halt! Grundstellung! Übung 3! 1 und 2 und 3 und 1 und 2! Halt! Grundstellung! Übung 4! Liegestützeln! Nein! Was soll denn das? Der ist doch! Liegestützeln hast du doch! Liegestützeln? Liegestützeln? Nein! Es ist ja so laut! Nein! Was soll denn das? Der ist doch! Ja, Liegestützeln hast du doch! Nieder! Aus! Nieder! Das hat der Blut da aus der Korbersung! Auf! Nieder! Alles aus! Stille in die Bank! Brust heraus! Bauch hinein! Das war das meine Damen! Sozusagen Du Dioranti! So ein blöder Ropfhack! Das ist von Charolette! So! Nun auf zum Bandparcours! Drei Kilometer vom ersten Tag müssen roachen! So war's zum Westen ausfassen! Mit Laustritt marsch! Aus! Na! Auf den Schiff! Ich bin ja auch beim Deckungssprung vorwarten! Kostmann! Den Leuten hat sich wohl wieder einfallen lassen! Kann man die Kleine essen ausfassen! Du bist okay! Oh! Oh! Vielen Dank.